Du solltest längst begriffen haben, wozu Engel da sind. Unser Schäffel, dass wir uns überlegen, wie wir anderen helfen können. Ich glaube, es ist Zeit, dass du das lernst. Äh, aber ich hab doch nur... Kein Aber. Du wirst noch heute zur Erde fliegen. Äh, aber ich kenne da niemanden... Du wirst Sabrina kennenlernen. Sie wird deine Hilfe gut gebrauchen können. Äh, und wie soll ich dir bitte helfen? Keine Angst. Wir passen von hier oben auf. Einmal kommt der Tag und du verlässt das Nest. Wie ein Vogel in der Luft machst du den Test. Einmal kommt der Tag und ich verlässt das Nest. Wie ein Vogel, Flügel im Wind. Flieg hinaus, flieg und breite deine Flügel aus. Du wirst sehen, dass du getragen wirst. Ich flieg hinaus, ich flieg und breite deine Flügel aus. Du wirst sehen, dass du getragen wirst. Ich flieg hinaus, flieg und breite deine Flügel aus. Du wirst sehen, dass du getragen wirst. Flieg hinaus, flieg und breite deine Flügel aus. Du wirst sehen, er trägt dich viel weiter als du denkst. Pick auf den Tag und permanent. Baute drei Kirby. Daumen nach vorneından flieg und breite die Flügel aus. Vielen Dank.